Und damit ein ganz herzliches Ahoise zusammen. Wir machen hier den nächsten Bossfight. Ich glaube er heißt Baumwächter. Der hat uns direkt am Anfang oder zum Start des Spiels hier den Hintern versohlt. Ob ich das Ganze jetzt schaffe, ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach aus. Dazu hole ich meine Wölfe raus. Und mein Pferdchen. Und wir gehen hier direkt drauf. Okay, wow. Hallo, mein Name ist Aquarius. Und ich habe kein Skill. LOL. Okay. Wir machen Schaden, aber er auch. Schön. Okay, wow. In Bewegung bleiben, das ist der Trick. Wir machen direkt weiter. Nee, wir nehmen mal die. Die finde ich eigentlich auch ganz geil. Diese Marionettensoldaten. Versuchen wir es nochmal mit denen. Laden mich nochmal komplett auf. So, okay. Also, auf geht's. Könnten vielleicht noch die, äh... Balance-Dinger mitnehmen. Und jetzt bomben wir den mal ordentlich zu. Pow. Pow. Okay, okay. Okay. Er schwingt. Er schwingt. Er schwingt. Warum kriege ich jetzt Frame-Drops? Warum? Warum? Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich darf mich noch nicht treffen lassen. Den Baum kann er fällen. Ja, ich hab mich verlinkt. Hallo. Oh, damit hab ich nicht gerechnet. Scheiße. Dann hätte ich gesagt, auf geht's. Er kommt direkt. Ich brauch unbedingt mehr Ausdauer. So, ich geh mal kurz ein bisschen mehr zu meinen Soldaten da. Dass sie die nochmal ein bisschen ablenken und nerven. Ja, genau. Und jetzt kommen wir wieder drauf. Jawohl. Pam, 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 pam. In Bewegung bleiben. So, jetzt wird er natürlich voll auf mich gehen. Aua. Jetzt bloß nicht in Panik geraten. Mist. Scheiße. Bewährt sich gerade ganz gut. Oh, nee. Bin ich jetzt echt nochmal gestorben? So viel. So viel. Auf geht's. Dam, 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 da. Oha. Warum nehm ich nicht gleich den Kometen? WTF? Hab zwar keine Mana mehr, aber die können wir uns ja wiederholen. Da. Bam. 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 Au, der hat weh getan. Und der auch. Ich trinke erstmal einen Schluck Tee. Hallo. Ah. Ich heil mich lieber nochmal hoch. Jetzt bleib ich hier hängen. What the fuck? Hä, was ist denn? Hä? Okay, wir haben den Kompus. Ja, jetzt hat er gleich zwei Tränke genommen. Ja, moin. Stirb. Oh. Okay, guck nicht auf mich. Guck nicht auf mich. Wir nehmen nochmal einen Trank. Nicht am Baum hängen bleiben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Er kommt, er kommt, er kommt. Ey, warum bleibe ich die ganze Zeit am Baum hängen? Okay, tot. Endlich. Gegner zu Fall gebracht. Goldene Hellbarde. Ja, hat ja nur fünf Anläufe gebraucht. Sehr schön. Hey, meine Freunde des Wassers. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein kostenloses Abo da und vergesst den Daumen hoch nicht. Über ein Feedback in den Kommentaren würde ich mich ebenfalls freuen. Das nächste Video ist schon in Arbeit. Bis bald, euer Aqua. und Presioniert den Daumen hoch nicht. Fast fünf zum Weg keine Preise heran. Word Ja, da muss dich immer auf die Amys Bad sein.